Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen im Salon der Wunder. In diesem dunklen Moment fragen sich viele, was erwartet mich jetzt? Sind es lustige Kartentricks, Männer mit komischen Bärten und viele, viele Mitmachnummern? Ja, stimmt genau. Genau das werden sie heute Abend erleben. Aber auf eine Art und Weise, dass sie sagen werden, meine Fresse. Das ist Zauberei. Super Publikum. Super Publikum. 아주 gut zusammen. Super Publikum. Bis zum nächsten Mal.